Ernst August Schröder war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Leben Schröder begann seine Schauspiellaufbahn am Schauspielhaus Bochum 1934 unter dem Intendanten Saladin Schmidt. Hier arbeitete er bis 1936 auch als Regieassistent und Bühnenbildner. Über das Theater Bielefeld und das Theater Kiel kam er 1938 zum Schillertheater nach Berlin, das seine künstlerische Heimat und Städte seiner größten Theatertriumphe wurde, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Er spielte außerdem häufig in Zürich und in München. Bei den Salzburger Festspielen spielte er den Jedermann. Während des Krieges musste er Soldat werden. 1938 wurde er ausgebildet, 1941 eingezogen in ein Grenadier-Regiment nach Leningrad. Er wurde verwundet und kam 1942 zurück ans Schillertheater. Als 1944 das Theater schloss, wurde er erneut Soldat und kam in Italien in Gefangenschaft. Er gilt als einer der größten Charakterköpfe des deutschen Theaters, der vor allem die kraftvollen Rollen liebte und sie durch Statur und Stimme völlig ausfüllte und deswegen häufig mit Heinrich George verglichen wurde. Obwohl seine Tätigkeit sich auf die Bühnenarbeit konzentrierte, sowohl als Schauspieler wie auch als Regisseur, spielte er auch in Kino- und Fernsehfilmen. Breite Bekanntheit erreichte er ab den 1970er Jahren, als er des öfteren Gast in Kriminalserien wie Derrick oder Der Alte war und in zahlreichen Fernsehfilmen von Peter Patzak. 1975 zog er sich völlig unerwartet von der Bühnenarbeit zurück auf sein Weingut in der Toskana und schrieb dort seine Memoiren, die unter dem Titel Das Leben – verspielt erschienen. Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn 1980 als seine Tochter, die Schauspielerin Christiane Schröder, sich das Leben nahm. Sie sprang in San Francisco von der Golden Gate Bridge. 1981 inszenierte er bei den Bad Hersfelder Festspielen den König Lier von Shakespeare. Ende der 1980er Jahre erschien er noch einmal auf dem TV-Bildschirm in der Rolle des Lauritz Lorenz in der Serie Lorenz und Söhne. In der legendären Hörspielreihe Der Herr der Ringe ist Schröder mit seiner markanten Stimme als Erzähler zu hören. Als Ernst Schröder an Krebs erkrankte, nahm er sich am 26. Juli 1994 in der Charlottenburger Schlossparkklinik durch einen Sprung aus einem Fenster im vierten Stock das Leben. Er wurde auf dem Waldfriedhof Zehlendorf bestattet. Auszeichnungen 1974 – Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 1986 – Filmband in Gold Schlossparkklinik tournive